So, kommen wir wohl zu dem berühmtesten Hund Deutschlands, der sich Kylo nennt, beziehungsweise Kylo genannt wurde. Ist der Hund von Montana Black und Anna Schmitty. Ich habe mal gerade eben bei Insta geguckt, er hat jetzt seine 500.000 Abonnenten voll und das als Hund. Kann man mal so machen, ne? Ihr seht ja, Montana Black und Anna sind quasi die Hundetrainer. Wir gucken uns gleich noch ein paar Insta-Stories an, aber hier erstmal generell, was treibt Kylo so tolles? Er hat ein gechilltes Leben. Ich finde, glaube ich, mit den besten Hundebesitzern, den es gibt. Denn Monte ist immer freundlich zu ihm und hast ihn nicht gesehen und immer das Beste vom Besten. Und ihr seht schon, wenn die Sonne draußen ist, ist er auch draußen. Aber wie gesagt, gerne in der Videobeschreibung gucken, da ist alles verlinkt. Lasst mal gerne ein Like da und natürlich auch schaut bei Monte vorbei, denn dort werdet ihr die Insta-Stories finden. Denn auf der Seite von Kylo selber sind jetzt nur Bilder, wie man so unschwer erkennen kann. Aber kommen wir zu den Insta-Stories. Euch viel Spaß beim Schauen und haut rein! Ich bin mit dem Ehrenbruder Kylo, der kurz vor seiner halben Million Follower auf Instagram am Start ist. Da würde ich mich freuen, wenn ihr ihm folgt und ihm die halbe Million voll macht. Da konnte sich wohl wieder jemand nicht richtig entscheiden, welchen Ochsenzieher er nimmt. Ist das dein Scheiß Ernst? Ist das dein Ernst, Kylo? Mann! Du hast einen Schaden, Junge! Was bei uns ja ein sehr, sehr beliebter Beat ist, nämlich der bosshafte Beat Rettungsschwimmer, ist vom Ehrenbruder Kylo der absolute Hass-Beat. Er hasst ihn! Ich zeige euch, wenn ich ihn jetzt anmache. Ich klicke jetzt rauf, woher seine Reaktion ist. Du spinnst! Du spinnst, ja! Kylo? Kylo? Ah, perfekt! Kylo? Kylo? Seht ihr? Er hört auf! Der heißt nicht Ui! Oder Ui! Nein! Der heißt Kylo! Ja, du heißt doch Kylo! Was labern denn die Leute da immer? Ja, komm, wir gehen nach Hause. Ab ins Bett! Und Kylo ist los. So, Marcel, jetzt bist du auch noch mal dran. Was? Ich hab dich warmaschig bei der Hofer, wir haben die Augen versetzt. Doch! Nee. Du bist auf dem Kanzel, keinen Lust, Ärger zu kriegen. Du fährst rauf. Die ganzen Türken hier, die parken auch noch so. Kylo! Ich hab dieses, jetzt gerade das erste Mal dieses Jahr draußen gegessen. Oder, sobald die Sonne mal draußen ist, das ist so. Gute, gute Laune ist da, wenn Sonne da ist. Hallo? Und ich empfehle euch nur, ich weiß, es ist nervig. Ich würde es wahrscheinlich selber auch nicht machen, wenn ich nicht meine Engel Agatha hätte. Aber trinkt jeden Morgen, jeden zweiten Morgen frisch gepresst. Und ich würde es immer noch mal思иш. Ich würde es nicht sagen. Und ich würde es nicht sagen. mehr gibt es nicht ich habe ein video gerade gemacht möchtest du noch ein bisschen mitnehmen ich verstehe immer selbstverständlich aber da hast du noch kartoffeln beiseite gelegt die alles aufgefressen zum kotzen mit euren liebsten zusammensitzt hier ist der ehrenbruder kaido der schon wieder auge macht ja schöner ostertage euch lasst euch gut gehen so da ist ehrenbruder kaido der ist aber so schwarz man kann ihn gar nicht richtig sehen so ein feinchen da ist mein snack da ist noch ein extra trinken ab für kaido hier ist der wunderschöne sternhimmel